Ich möchte heute anfangen, über etwas zu lernen. Und wir werden eine ganze Weile damit verbringen. Das geht einher mit der Zeit des Jahres. Was wir zu dieser Jahreszeit dann feiern, ist tatsächlich noch wichtiger als das, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Denn es ist nicht die Geburt Jesu, die uns rettet. Und ja, die Geburt Jesu war die Weise, wie er halt auf die Erde kam. Aber das ist nicht das, was uns rettet. Wenn du dein Bekenntnis ablegst, dann sagst du nicht, ja, okay, ich glaube, dass Jesus geboren wurde. Sondern du bekennst, dass du glaubst, dass er aus den Toten auferstanden ist. Denn da ist genau der Punkt, wo der Sieg errungen wurde. Also sagt mal alle, danke, Jesus. Du bist aus den Toten auferstanden. Und ich nenne dich den Herrn. Meinen Herrn und meinen Retter. So wirst du errettet. Also zu dieser Jahreszeit feiern wir seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung. Und worüber ich lernen möchte, sind die sieben Dinge, die Jesus sagte, während er am Kreuz war. Sieben Dinge, die er dort aussprach. Da steckt Offenbarung drin. Denn wisst ihr, normalerweise ist es so, dass bevor Menschen wirklich sterben, sagen sie noch ihre allerwichtigsten Worte. Und mit allem, was Jesus sagte, alle sieben getroffenen Aussagen, die er gemacht hat, da steckt Offenbarung drin. Nummer eins, er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist es, was wir uns heute anschauen werden. Nummer zwei, heute noch im Paradies. Er sprach darüber, im Paradies zu sein. Nummer drei, er sagte, siehe die Sonne. Nummer vier, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nummer fünf, ich habe Durst. Nummer sechs, es ist vollbracht. Und Nummer sieben, in deine Hände, übergebe ich meinen Geist. Das ist es, was wir uns anschauen werden. Ich möchte, dass ihr mit mir aufschlagt, im Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Und lasst uns das erste anschauen, was Jesus ausrief. Lukas-Evangelium, Kapitel 23, und Vers 34. Bemerkt ihr, was es hier heißt? Dann, dann aber, sprach Jesus, dann, dann, dann was? Dann sagte Jesus, wenn es hier im Englischen heißt, dann aber, bedeutet das, dass vorher was vorausgegangen war. Was kam denn voraus? Was ist der Grund dafür, warum er sagte, was er sagte? Jesus sprach dann aber, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum sagte er das? Erkennt ihr, dass eure Gerechtigkeit gegründet ist in diesem Satz? Erkennt ihr, dass eure Vergebung gegründet ist in dieser Aussage? Was wäre geschehen, wenn Jesus ausgesprochen hätte, was wir verdient hätten? Habt ihr jemals drüber nachgedacht? Von dem Moment an, wo Jesus auf diese Erde geboren wurde, von dem Moment an, war der Teufel mit allem gegen ihn. Da war kein Raum in der Herberge. Also wurde er im Stall geboren. Versteht ihr? Und Herodes hat herausgefunden, dass das Volk ihn den König nannte. Und Herodes hat die römische Armee losgeschickt, um alle Babys, die vom Alter von zwei Jahren und darunter getötet wurden. Erkennt ihr, dass als Jesus auf der Erde war, er war der einzige Sohn Gottes. Zu dieser Zeit, wo er auf der Erde war, war kein anderer Mensch auf Erden, der in dem Innersten einen Geist der Liebe Gottes hatte. Da war eine Menschenmenge. Als er davon sprach, dass er der Sohn des Vaters war, da wollten sie ihn von der Klippe stürzen. Versteht ihr? Jesus hat sich nie selbst am Kreuz verteidigt. Versteht ihr? Als Jesus ans Kreuz ging, da war der Mensch am schlimmsten Punkt, im übelsten Zustand angelangt. Er ist die Woche vorher durch die Straßen gegangen und da riefen sie noch aus, Hosanna! 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 Er rette uns jetzt, König! Er rette uns jetzt, König! Und eine Woche später ruft dieselbe Menschenmenge aus, Kreuzige ihn! Wie wechselhaft oder wie so ein Fähnchen im Wind war die menschliche Natur zu dieser Zeit gewesen. Die eine Woche vorher noch total für ihn, die nächste Woche absolut gegen ihn. und sie haben ihn illegalerweise verhaftet. Und sie haben ihn durch einen spottenden Prozess geführt. Auch wenn sie ihn nicht überführen konnten von irgendwas Falschem, haben sie ihn trotzdem angeklagt. Sie haben ihn dann gekreuzigt. Sie haben ihn an ein Kreuz genagelt. Sie haben auf seinen Kopf eine Krone mit Dornen reingeschlagen. Sie haben seinen ganzen Körper mit Striemen übersät, sodass er wirklich wie ein Stück Hackfleisch aussah. Wenn ihr noch nie den Film Die Passion Christi gesehen habt, dann solltet ihr dennoch wissen, dass die Wahrheit noch schlimmer aussah als in dem Film. Tatsächlich war es so, dass Josephus, der Historienschreiber, berichtet hat, dass selbst die römischen Soldaten am Ende dann gezögert haben und getaudert haben, dabei ihn anzuschauen. Was ein prophetisches Wort war, denn Jesaja hat es ja schon voraus angekündigt, dass er so entstellt war. Versteht ihr? Die Menschheit ist am schlimmsten Punkt angelangt. Der Mensch hat sein Übelstes gezeigt. Dem Sohn Gottes gegenüber, als er hier war. Und wenn Jesus hier also ausspricht, dann aber, dann redet er von all den Dingen, die vorher alle waren, bis zu diesem Punkt. Und was sagte Jesus? Haha, Gnade. Wisst ihr, was Gnade ist? Gnade ist etwas, was der Mensch empfängt, was er aber nicht verdient hat. Und dass jemand anderes dafür gewirkt hat, dass wir es in freien Stücken haben können. Das ist die Gnade. Und die Gnade ist fundiert in der Vergebung. Wenn Jesus getan hätte, was wir vielleicht an dieser Stelle getan hätten und Jesus war ja in dieser Situation an seinem absoluten körperlichen Ende. Denkt mal darüber nach. Er hat seine Hände den Kranken aufgelegt. Aber jetzt hängen sie am Kreuz. Du kannst deine Hände nicht mehr den Kranken auflegen, weil sie ans Kreuz genagelt sind. Denkt über seine Füße nach, die er gebraucht hatte, um von Ort zu Ort zu reisen. Aber er konnte seine Füße nicht mehr gebrauchen. Körperlich war er am totalen Ende. Alle Kraft und Stärke war gewichen. Es war nichts mehr da. Aber was ist sein erster Ausspruch? Und das ist so kraftvoll. Ein Gebet. Mein Gott. Ein Gebet. Don't tell me, prayer is not powerful. Sag mir nicht, dass Gebet nicht kraftvoll ist. Es war kein langes Gebet. Es war auch kein religiöses Gebet. Es war auch kein religiöses Gebet. Es war ein ganz einfaches Gebet. Der Vergebung. Schaut mal hier die Liebe Gottes an. Vater. Vergib ihnen. Als Jesus das sagte, haben sie es vielleicht nicht mal gehört. Also jetzt bezogen auf die ganze Menschenmenge, die ums Kreuz herum versammelt war. Warum? Weil sie ihn verspotteten. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann komm doch runter da. Er hätte doch zwölf Legionen Engel rufen können, wenn er gewollt hätte. Er hätte all diese Dinge tun können. Aber was hat er denn da wirklich gemacht? Zum schlimmsten Zeitpunkt der gesamten Menschheit. Auf dem Höhepunkt der menschlich-dämonischen Hass-Erweisung. Der höchsten Form der Sünde überhaupt. Da sprach er ein ganz einfaches Gebet. Der Vergebung. Vater. Und seht ihr, selbst als Jesus an seinem körperlich absoluten Ende angelangt war, war er sich dennoch dessen bewusst, dass es da einen noch anderen Bereich gibt. Er hat das stärkste getan. Er betete. Manchmal beten Leute nicht, also Glaubende, weil sie vielleicht denken, sie können nicht so beten, wie jemand anderes, der den Herrn schon seit 30, 40 Jahren kennt. Die errettet wurden, als sie sieben Jahre alt waren und auch so aufgewachsen sind. Sie beten nicht wie der Prediger. Sie beten nicht wie dieser oder jene. Oder vielleicht nicht lang genug. Es braucht keine langen Gebete. Dieses Gebet hier hat angedauert vom Kreuz an. Und dieses Gebet existiert noch heute. Ein ganz einfaches Gebet. Vater. Vergib ihnen. Vergib ihnen. Jesus ruft hier nach ihrer Errettung. Jesus ruft hier aus, dass sie herauskommen aus ihrem Zustand der totalen Sünde und befreit hineinkommen in den Zustand der Gerechtigkeit Gottes als Söhne und Töchter Gottes. Schaut euch hier an, was hier geschah. Er sagt hier, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber und sagt mir nicht, dass er nicht auch reich war, denn sie wollten seine Klamotten haben. Und in unserer Weihnachtsbotschaft haben wir euch dargelegt, wie reich er tatsächlich war. Und das Volk stand da und sah zu und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Und diese Inschrift war dort angebracht, um ihn zu verspotten. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen. Er hat nicht ausgesprochen, was wir verdient hätten. Tatsächlich waren wir die, die das Kreuz verdient hätten. Und er hätte die freie Person sein müssen, die auf der anderen Seite gestanden hätte. Aber an diesem Kreuz nahm er unseren Platz ein. Mit Krankheit, mit Armut, mit Sünde. An diesem Kreuz, wurde er alles, was der Mensch ihm getan hat. All there, in ihm. All das zusammen, in ihm. An diesem Kreuz, er wurde das gesamte Sünde, der menschliche Reis. Am Kreuz wurde er zur gesamten verkörperten Sünde der ganzen Menschheit. Und an diesem Kreuz, in diesem Zustand, rief er aus, Vater. Man, it is worse. And Jesus says to man, at his worst, Father, forgive. Die Menschheit am schlimmsten Punkt angelangt, der schlimmste Zustand der Menschen vor ihm. und am Kreuz sagte er über sie, Vater, vergib ihnen. Könnt ihr sehen, warum es so wichtig ist, dass wir eine wirkliche Offenbarung Gottes Gerechtigkeit empfangen? Und dass wir als Christen nicht länger umhergehen mit der Vorstellung, dass wir unwürdige Sünder sein, wo die ganze Sünde doch am Kreuz auf ihn gelegt wurde, wo diese Sünde mit Jesus, als er starb, in die Hölle ging, wo diese Sünde hergenommen wurde und bezahlt wurde und Jesus sich um alles gekümmert hat und er gesagt hat, es ist bezahlt. euch ist vergeben, wir haben alle gesündigt, wir haben gesündigt, manches wussten wir ganz klar und bei manchen Sachen wussten wir nicht, was wir taten. Aber Jesus nahm alles auf sich. Wir haben nicht bekommen, was wir verdient hätten und er hat nicht bekommen, was er verdient hätte. Was für ein Austausch. Halleluja. Halleluja. Also was hat Jesus getan? Er konnte nicht weiter vorwärts gehen und ihnen sagen, er konnte nicht länger ihnen die Hände auflegen, Er ist körperlich an sein Ende angelangt, aber im Geist gibt es keine Begrenzungen, kein Limit, wenn du betest. Und weißt du, dass das das allerkraftvollste ist, was wir alle tun können, zu beten? Denn seht ihr, dafür, dass Gottes Wille sich auf Erden erfüllt, muss jemand das ausbeten. Muss jemand das aussprechen. Muss jemand das alles zur Geburt bringen und Gott wirkt, indem er durch den Menschen Dinge auf Erden freisetzt, ist, dass sie getan werden. Und unser Gebet ist niemals durch Zeit begrenzt. Ich erinnere mich heute noch daran, dass 36 Jahre bevor mein Papa gestorben ist, dass ich betete um seine Rettung und ich wusste, dass bevor er stirbt, zur Rettung gelangt. Und in all diesen Jahren des Widerstandes sah ich Gott, wie er am Wirken war, eins ums andere Mal. Und meine Gebete haben sich als wirksam erwiesen, immer und immer wieder. Versteht ihr? Gebet ist nicht begrenzt auf eine Woche. Und auch nicht begrenzt wegen Monaten oder Jahren. Es gibt sicher Dinge, die du ausgebetet hast, die erst dann eintreten, wenn du vielleicht schon gar nicht mehr da bist. Wenn Jesus noch ein bisschen sein Wiederkommen herauszögert und wir nicht zu unserer Zeit in der Entrückung zu ihm gehen. Aber da ist so viel, was wir hinterlassen, weil wir gebetet haben. Jesus war am Kreuz und er konnte nicht runterkommen, weil er die Entscheidung dazu traf, das nicht zu tun, aber er betete. Und dieses Gebet ist heute noch hier und aktiv. Erkennt ihr, dass eure Errettung zurückzuführen ist auf dieses eine Gebet? Ich meine, denkt mal drüber nach, wenn wir sonntags zusammenkommen und wir beten und wir kommen montags zusammen, wenn wir da zusammenkommen und beten und Dienstags und Mittwochs oder wann wir auch immer uns einfinden zum Beten, dann ist das nicht vergeblich, sondern ganz einfach, dass Gott durch uns am Wirken ist, um seinen Willen durch Gebet auf Erden freizusetzen. Schaut euch mal Hebräerbrief, Kapitel 1 an. Es ist nicht so, dass Jesus nicht Dinge auch konfrontiert hat. Er hat ganz, ganz viele Dinge angesprochen. Wie viele von euch wissen das? Er war nicht immer die beliebteste Person. Manchmal hat er Dinge ausgesprochen anstelle davon, dass die Leute zu ihm strömten, hat ihn jeder verlassen. Und er sah seine Jünger an und fragte auch sie, wollt auch ihr gehen? Aber jedes Mal, wenn er etwas sagte, was konfrontierte, war es die Wahrheit. Und als er an diesem Kreuz war, musste er sehr, sehr vorsichtig sein bei dem, was er sagte und was er betete. Denn Jesus war immer im Glauben. Und jedes Mal, wenn er etwas sagte, erfüllte es sich. In Hebräer 1, schaut euch da Vers 9 an. Du hast Gerechtigkeit geliebt. Und man fragt sich vielleicht, warum hat er das gebetet? Weil er Gerechtigkeit liebt. Versteht ihr, was es macht, wenn wir immer Sehner sind und wir wieder geboren sind? Versteht ihr, was das für Auswirkungen hat, wenn wir von Neuem geboren sind, aber immer noch denken, dass wir unwürdige Sünder sind? Wenn wir nicht aus alttestamentlichen Lebensführungen heraustreten und ins Neue reingehen. Im Alten Testament waren sie zwar errettet, aber sie waren nicht von Neuem geboren und gerecht gemacht in ihrem von Neuem geborenen Geist. Sie waren Knechte gewesen und eben noch nicht Söhne und Töchter Gottes. Aber im Neuen Testament, unter dem Neuen Bund, sind wir gerecht gemachte Söhne und Töchter Gottes. Und die Sache, die ihn antrieb, ans Kreuz zu gehen, war die Tatsache, dass er Gerechtigkeit liebte. Da war ein Antrieb in ihm, all das Ungöttliche aus dem Menschen zu entfernen. Die ganze weltliche Natur und der ganze Hass war gegen ihn. Und Jesus kommt und wird zur Sünde und aus Liebe Vater, sein erstes Gebet vergib ihnen. Das ist der gewaltigste Akt der Liebe, zu beten. Willst du was für mich tun, dann bet für mich. Willst du was für deine Brüder und Schwestern tun, dann bete für sie. Möchtest du etwas für die Unerretteten tun, dann bete für sie. Willst du etwas für die Nation Deutschland tun, dann bete für Deutschland. Bete für Russland, bete für die Ukraine. Und all die anderen Nationen, die gegenwärtig Krieg erleben. Es ist momentan nicht der einzige große Krieg, es ist nur der einzige, den die Medien gerade breit ausschlachten. Und Gott sei Dank für unsere Air Force Leute heute unter uns. Wir ehren sie. Wir ehren Leute, die Freiheit beschützen. Und sie sind dafür da. Halleluja. Halleluja. Joe, you got some Air Force people here today. Joe, du hast heute, Joe ist auch vom Militär und er hat heute Air Force Kollegen hier. These are the guys that bombed before you. Die Leute, sind die, die vor euch ans Bomben gehen. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Geh mal in den zweiten Petrusbrief. Are you getting something today? Kriegt ihr heute was hier? Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Und das ist so ein gewaltiger Vers. Aber es gab falsche Propheten. 2. Petrusbrief, ich bin sorry, Kapitel 2, Vers 1. Hat ich dir einen? Nur Kapitel 1, aber keine Worte. Okay, Kapitel 2, ich bin sorry. Also, zweiter Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1, da heißt, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Also, unter dem Volk. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Und das ist jetzt so erstaunlich. Schaut euch das an. Die heimlich-verderbliche Sekten einführen. Das sind alles Dinge, die nicht gut sind, oder? Es heißt, indem sie sogar den Herrn verleugnen. So, hier reden wir jetzt über alle Religionen, die nicht die Herrschaft Jesu Christi anerkennen. Und weil das so ist, werden Menschenmengen in die Hölle gehen. Aber schaut euch den Rest des Verses an. Da heißt es, die sogar den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat. Wann hat er das getan? Am Kreuz. Selbst diese ganzen falschen Lehrer, falschen Propheten und die Fake Medien, diejenigen vom korrupten Nachrichten-Netzwerk, die Rede ist hier von CNN, was sowieso keiner mehr anschaut, und all die anderen, die falsche und unwahre Nachrichten oder Informationen verbreitet haben. Lehrer von falschen Religionen und in all dem, was sie tun, hat Jesus sie dennoch erkauft. Versteht ihr? Sie haben immer noch eine Chance. For Zuckerberg to get saved. Es gibt immer noch auch eine Chance für Herrn Zuckerberg, dass er errettet wird oder unser Gates. Oder Zelensky. Oder Zelensky. Oder Putin. Oder whoever that we could mention today. We have people that come in regular. They're Muslim people. Thank God they're coming and we just keep a little bit, a little bit and they're beginning to see the difference. Hallelujah! Wir haben regelmäßig muslimische Leute, die hierher kommen und von Mal zu Mal immer eine Saat bekommen und langsam fangen sie an, einen Unterschied zu erkennen. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir keine Mauern errichten, weil wir immer noch hier sind, um die Verlorenen zu erreichen. Und du kannst dein Herz in der Liebe bewahren, wegen dieser Vergebung. Wenn Jesus das aus Liebe tun konnte, dann könnt ihr es auch. Er hat trotz allem sie erkauft, er hat alles bezahlt. Geht mal in den Heerbrief, Kapitel 12. Ich meine, ist das nicht erstaunlich, dass die ersten Worte Jesu am Kreuz als er körperlich nichts mehr tun konnte. Er hat sich dazu entschlossen, nichts mehr zu machen. Aber ist das nicht erstaunlich, dass seine ersten Worte am Kreuz ein Gebet waren? In seinem körperlich schlimmsten Zustand seines ganzes Lebens hat er gebetet. Und dann war es für Jesus so, dass es für eine Weile nicht besser werden wird. Wenn man denkt, dass das Kreuz schon übel war, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ihm geschah, als er in die Hölle ging. Wir denken über seine Situation aus körperlichen Gesichtspunkten nach, aber das Geistige reicht noch viel weiter. Und Jesus weiß, aber er betet ein Gebet der Vergebung. Ein Gebet, das Bestand haben wird. Nun, Halleluja, 2,000 Jahre später, ist es immer noch am Wirken. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr betet etwas und 2,000 Jahre später ist es immer noch in Aktion. Ich sage es dir, es sollte dich motivieren, Bruder, zu beten. Du bist in deinem Auto und diese ganz einfachen Gebete sind so wichtig. Oder du bist in diesem Flugzeug und die einfachen Gebete dort sind so wichtig. oder du bist während deiner Pause in der Arbeit auf der Toilette und wenn du dort betest, diese einfachen Gebete sind so wichtig. Oder du machst den Teppich sauber im 4. Stock, wenn du dort betest, diese Gebete sind so wichtig. oder du gehst mit deinem Hund spazieren. Ich tue das oft. Oh, brakashakaya. Danke für diesen christlichen Hund. Oder was auch immer. Versteht ihr? Die Liebe betet und die Liebe vergibt. Warum hat Jesus das getan? Schau dich Vers 2 an. Das ist so gewaltig. Habt ihr heute eure Jubelschuhe an? Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus. Der Anfänger und Vollender des Glaubens. Halleluja. Er hat alles angefangen und er wird noch bei uns und mit uns sein am Ende. Das ist so gigantisch. Der um der vor ihm liegenden Freude willen. Die Freude. Die Freude. Er hängt am Kreuz und aus Freude. Versteht ihr jetzt, warum die Bibel sagt, dass die Freude im Herrn eure Stärke ist? Wenn du anfängst, niedergeschlagen zu werden, dann dreh die Freude auf. Halleluja. Die Freude bringt uns durch. Die Freude bringt uns durch die schweren Zeiten durch. Amen. Sie wird dich durch die harten Zeiten Zeiten durchbringen. Zwei Gitarrenzeiten reißen. Direkt vor dem Gottesdienst heute. Es ist schon lange keine mehr gerissen gewesen. Das falsche Mikrofon erwischt. Und du kannst dich nicht bewegen, weil du ja am Spielen bist. Und als wir tanzen, ist jemand hier auf mein Pedal getreten. Ich konnte nichts mehr hören. Der Ohrstöpsel fällt raus. Und ich schaue zurück. Und Martin tanzte und jubelte und ich wusste, wir werden es schaffen. Die Hälfte der Leute ist heute in der Arbeit. Versteht ihr? Aber wir drehen die Freude auf und wir gehen durch. Und wir geben nicht auf, bis wir den Durchbruch erleben. Gemeinde, das ist es, was wir zu lernen haben. Man gibt nicht auf, bis man zum Durchbruch gekommen ist. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, du lässt es nicht zu, dass das dich von deinem ganzen Weg raushaut, sondern du stehst auf und gehst weiter. Und du gibst nicht auf, bis du gewonnen hast. Jesus hat nicht aufgegeben, bis er gewonnen hat. Halleluja. Wir jagen immer nach dem Sieg. Halleluja. Ich war gestern in einer Situation und in meinem Inneren. Ich gebe nicht auf, bis wir gewinnen. Und am Ende des Tages war es dann das Beste, was bisher gewesen ist. Halleluja. Wir geben auch miteinander nicht auf. Wir geben Leute nicht auf. Oder lass es mich so ausdrücken, wir geben mit Gott nicht auf. Halleluja. Ist das richtig, Herr? Stimmt doch, Sarah, oder? Ich erinnere mich vor ein paar Monaten noch, da hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nicht aufgehört zu beten. Und sie weiß, was ich hier meine. Hört nicht auf zu beten. Und gebt nicht auf, wirklich zu stehen. Halleluja. Also die Freude. Jesus war am Kreuz, aber es heißt hier, aus Freude, weil er etwas anderes gesehen hat, im Gegensatz zu allen anderen. Er betete. Geht mal in Johannes, Kapitel 17. Und, und, und. Und jetzt auch noch die Brille gebrochen. Das sind billige Brillen, aber ich muss einfach lachen und denke mir, Halleluja. John 17. Johannes 17. Und lasst uns anfangen zu lesen. Und lasst uns anfangen zu lesen. In Vers 16. Im Vers 16. Da haben wir Jesus, der betet. Halleluja. Halleluja. Und schau dich an, was er sagt. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Schau dich Vers 18 an. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie. Für was denn? Für sie. Für sie. Also wir sind damit gemeint. Für uns hat er sich geheiligt. Damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Schau dich Vers 20 an. Ich bitte aber nicht für diese allein. Also von Vers 16 bis 19 betet Jesus für uns. Und zwar für die Zeit, nachdem wir von neuem geboren sind. Damit wir tun können, was er tut. Dass wir in diesem Leben unterwegs sein können, in dem er unterwegs war. Ist das nicht kraftvoll? Wir sind heute in diesem Gebet unterwegs. Und dann schau dich dann den nächsten Vers an. Da haben wir es wieder. Es heißt, Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also jetzt betet er für uns, bevor wir errettet wurden. Damit wir zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Erinnert euch an das, was Paulus dem Timotheus schrieb. Dass wir für Könige und alle in Autorität beten sollen, die über uns gesetzt sind. Und für alle Menschen, dass sie errettet werden. Halleluja! Wir müssen für die Verlorenen beten. Vater, vergib ihnen. Wir beten für die Verlorenen. Wir beten für Putin. Wir beten für Zelensky. Wir beten für Joe Biden. Wir beten für Putin. Wir beten für Zelensky. Und wir beten auch für Joe Biden. Wir beten. Für Kamala. Und für Kamala. Versteht ihr? Wir beten. Für Leute, wo es so ausschaut, als wären sie nicht errettet. Und was beten wir? Wir beten gegen diese Blendgeister. Vater, in Jesu Namen. Wir beten, dass diese Blender entfernt werden. Vater, wir beten in Jesu Namen, so wie bei König Nebukadnezzar. Und erinnert euch an diese Könige während der Babylonischen Gefangenschaft, war Kyrus und auch Darius. und wie Gott sich in ihrem Leben bewegte, um ihnen eine Chance zu geben. Und zwei der Könige sind errettet worden. Nebukadnezzar ist errettet worden. Und Darius ist errettet worden. Versteht ihr? Versteht ihr? Er tut das immer noch. Geht mit mir mal in Jesaja 53 rein. Gesaja Kapitel 53 Halleluja Und schaut euch Vers 12 an Da heißt es Halleluja Halleluja Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat Wir sehen hier also Jesaja, wie er prophezeit über ihn, dass er am Kreuz ist Aber schau dich an, was er gesagt und Fürbitte getan hat Wann hat er das getan? Als er ausrief, Vater Vergib ihnen Er trat hier in die Fürbitte Er betete genau dort für uns Ist das nicht kraftvoll? Seid ihr nicht froh, dass er das betete? Geht mal in den Hebräerbrief, Kapitel 7 und Vers 25 Da heißt es Daher Kann er auch diejenigen vollkommen erretten Die durch ihn zu Gott kommen Und schaut euch das an Halleluja Weil er für immer lebt Um für sie einzutreten Ist euch bewusst, dass er im Himmel zur Rechten Gottes ist und immer noch für uns betet? Ist das nicht gewaltig, das zu wissen? Dass er weiterhin für uns betet, obwohl er nicht mehr auf Erden ist Er betet immer noch weiter für die Verlorenen Geht mal in Matthäus 5, 44 Erinnert euch, was Jesus sagte Über die Liebe Und schaut euch hier an, was er in Vers 44 sagt Matthäus, Kapitel 5, Vers 44 Halleluja You've heard that it hath been said Thou should love thy neighbor and hate thy enemy That's verse 43 Also Vers 43 noch schnell Ihr habt gehört, dass gesagt ist Du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen Ich aber sage euch Liebt eure Feinde Segnet die euch fluchen Tut wohl denen, die euch hassen Und bittet Für sie Das ist es, was Jesus tat Er betete für uns Für die, welche euch beleidigen und verfolgen Erinnert euch an Stephanus Als sie ihn steinigten In Apostelgeschichte 7 Und was sagt das Wort Er sprach dasselbe aus, was Jesus sagte Er sagte, Vater, vergib ihnen Er hat sein Leben auch mit einem Gebet beendet Und dieses Gebet war so kraftvoll Zu dieser Zeit Dass es die Aufmerksamkeit erregte Die Aufmerksamkeit des Hauptmanns Und der Leute, die mit ihm dabei waren Während sie zuschauten Als er gekreuzigt wurde Und dann am Kreuz hing In Matthäus 27 Da wird uns gesagt Dass all die, die mit ihm waren Als das Erdbeben kam Und sie sahen Jesus Und sie sahen, wie er starb Und ihr könnt euch die Atmosphäre Vielleicht vorstellen Und es heißt, dass er hinschaute Und sagte Er muss der Sohn Gottes gewesen sein Wisst ihr was? Wenn er das glaubte Und auch die anderen das glaubten Dann ist er und die anderen Da errettet worden Gebet Kann ganz weit reichen In Apostelgeschichte 2 Und Vers 41 Sind 3000 Leute errettet worden Das war ein Ergebnis von dem Gebet Jesu Könnt ihr euch vorstellen An diesem Tag, wo Petrus aufstand Und schließlich und endlich Sie errettet wurden Sie errettet wurden Und als in Johannes 20 Jesus sie anhauchte Und sagte Empfangt Heiligen Geist Und werdet von Neuem geboren Aber sie mussten noch darauf warten Dass sie auch die Kraft dessen Empfingen Und in Apostelgeschichte 2 War es dann so weit Sie empfingen auch seine Kraft Die erste gewaltige Ernte Am Pfingsttag Was ja das Erntefest war Sozusagen Das Fest der Erstlingsfrüchte Und 3000 Leute sind errettet worden Könnt ihr hier die Kraft des Gebets erkennen? Die Kraft des Gebets Die Kraft des Gebets Die Kraft des Gebets Die Kraft des Gebets Vater Ich bete Beweg dich hier in dieser Nation Vater Vater ich bete Für den Regen In diesem Land Die Ausgießung Deines Geistes Vater Wir beten Dass überall hier im ganzen Land Neue Gemeinden aufstehen Gemeinden Die auch deinem Wort glauben Wir beten Wir beten Dass Zeichen und Wunder Die Aufmerksamkeit erregen Vater wir beten Wir beten Wir beten für Europa Wir beten Als ich in Amerika war Da hatten wir viele Militärs In unserer Gemeinde Und sie sind früher auch Nach Deutschland gekommen Und wir haben sie immer Als Missionare betrachtet Die auf Kosten der Regierungen Losgeschickt waren Und das war kraftvoll Und einige von ihnen Waren auch im Irak Während beide der Kriege Und Gott hat sie gebraucht In diese Länder reinzugehen Um das Evangelium auszuteilen Gott hat alle möglichen Art und Weisen Irgendwo reinzukommen Wenn wir beten Spielt keine Rolle Wo wir sind Wir sind da Um in dem unterwegs zu sein Was jemand anderes Schon ausgebetet hat Um zum Schluss zu kommen Geht mit mir In Kapitel 2 Vom Lukas Evangelium Und da war eine alte Frau Die hieß Hannah Sie war eine alttestamentliche Prophetin Nun denk mal drüber nach Nun weißt du Ich bin ja schon alt Ich kann nicht mehr viel machen Mein Leben ist vorbei Ich kann nicht tun Was dieser oder jener kann Und ich habe nicht all diese Talente Oder was auch immer Für eine Ausrede Der Teufel versucht In die Gedanken zu streuen Denn ich sage euch eins Niemand von uns Ist komplett In sich selbst Denn wir alle sind begrenzt Und deshalb geht es um den Leib Christi Du hast etwas zu geben Andere haben etwas zu geben Und alles zusammengenommen Mach den Leib aus Raphaela hat mir gestern Abend gesagt Oder berichtet über die Gebetsgruppe Und sie sagte es ist so erstaunlich Wie all das momentan zusammenkommt Weil sie dahin kommt Die unterschiedlichen Flüsse zu erkennen In dem jeder unterwegs ist Einer hat den Fluss von Lobpreis und Anbetung Und Gott einfach zu danken Jemand anderes hat den Fluss Wo er immer mit einem Psalm auftritt Jemand anderes hat einen Gebetsfluss Wo er mit Autorität betet Jemand anderes hat ein Herz Das sich erbarmt um die Armen Und dann fließt das alles zusammen Wie eine Symphonie Und obendrauf über all dem zusammen Sind alle getauft im Heiligen Geist Und beten in neuen Zungen Halleluja Und jeder Einzelne hat etwas Versteht ihr das? Rainer, wenn du nur zwei Sätze betest Hast du etwas Kraftvolles Ja, Martin hat mir das gesagt Er war so begeistert Das ist so kraftvoll Versteht ihr? Und seht ihr, Gott gebraucht Unsere unterschiedlichsten Persönlichkeiten Und das macht er auch im Gebet Und diese Frau hier Schaut euch das an So wie wir heute jetzt zum Schluss kommen Lukas Evangelium Kapitel 2 Und Vers 36 Da heißt Und da war auch Hannah Eine Prophetin Die Tochter Phanuel Aus dem Stamm Asser Die war hochbetagt Und in meiner Fußnote heißt Dass sie 84 Jahre alt war Weißt du, wenn du 84 Jahre alt bist Kannst du ja eigentlich Denken, ich bin jetzt schon fertig Könnte sein Aber es heißt Sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren Und die wich nicht vom Tempel Und sie könnte sagen Mein Ehemann ist ja schon weg Ach so, ach so, okay Also sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren Ja, hier steht es drin Die wich nicht vom Tempel Sondern diente Gott Mit Fasten und Beten Tag und Nacht Ist das nicht kraftvoll? Und auch diese trat zu derselben Stunde hinzu Und priest den Herrn Und redete von ihm zu allen Die auf die Erlösung warteten In Jerusalem Ich sag euch was Diese alte Dame War am richtigen Ort Zur richtigen Zeit Aber denk mal drüber nach Sie war eine 84-jährige Frau Die die kraftvollsten Dinge tat Sie versank nicht in Selbstmitleid Und jammerte über den Verlust Ihres Ehemannes Und dass sie in ihrem Alter Nichts mehr machen konnte Auch selbst in dem Zustand Wo sie körperlich begrenzt war Wusste sie vom kraftvollsten überhaupt Was sie zu dieser Zeit tun konnte Und das war einfach beten Ich hab eine Mama Und sie hat jeden Morgen gebetet Sie stand jeden Morgen um 5 Uhr auf Und ich weiß Dass ich in ihren Gebeten dabei war Und darüber bin ich so froh Und auch mein Bruder Halleluja Ich hab gestern jemandem gesagt Ich sagte, du musst es schaffen Du wirst es schaffen Und ich sehe nichts anderes Als Hoffnung Und ich hab gesagt Ich sag dir auch warum Weil da Tonnen an Gebet drin stecken Und Gott ist für uns Wer kann dann gegen uns sein? Halleluja Also betet Gemeinde Das zählt Und das macht den Unterschied Sprecht das aus Was ihr als Willen Gottes erkannt habt Und wenn ihr nichts Nichts willst Dann betet in Zungen Und du sagst vielleicht Ja, aber ich kann nicht so in Zungen beten Wie alle anderen auch Wenn du nur ein paar Worte gebrauchen kannst Dann mach das doch einfach Und so wie du das tust Wird der Rest auch kommen Alles ist wichtig Amen Habt ihr heute was gelernt? Das ist es also Was Jesus tat Und unsere Erlösung Führt zurück Auf dieses Gebet Halleluja Halleluja Vater, wir danken dir Für dein gewaltiges Wort heute Wir danken dir, Jesus Dass du für uns gebetet hast Und du auch weiter damit machst Wenn wir also beten Sind wir direkt mit dir verbunden Wenn wir für die Verlorenen beten Und für die, die errettet sind Halleluja Das ist es also Was wir beten Vater, wir beten Für die Verlorenen dieser Nation Herr, so wie wir rausgehen auf die Straßen Gebrauche uns als Arbeiter So wie wir an unsere Arbeitsstellen gehen Wir beten für die, die dich nicht kennen Eine Bewegung deines Heiligen Geistes in ihr Leben Schicke Arbeiter in ihr Leben Und gebrauche mich, Vater Gebrauche alle von uns Mit denen zu teilen Mit denen wir in Kontakt kommen So wie wir geöffnete Türen vorfinden In dem Namen Jesus Herr, wir leben in diesen letzten Tagen Jesus kommt wieder Und das ist es, was wir beten Wir rufen aus Deutschland wird errettet Wir sprechen Europa wird errettet Wir rufen aus Mächtige Bewegungen Gottes in unsere Heimatländer hinein In Amerika In Italien In Rumänien Wir rufen es aus In Russland In Großbritannien Wir sprechen das aus Mächtige Bewegungen des Heiligen Geistes Eine gewaltige Armee Gottes Träger deines Wortes Träger der Salbung, der Kraft des Heiligen Geistes Die die Gefangenen freisetzen Die die Kranken heilen Bemerkenswerte Wunder her Die die Aufmerksamkeit erregen Von denen, die jetzt noch nicht zuhören Wir beten das Genauso wie bei Nicodemus Dieser große religiöse Pharisäer Der zu Jesus kam Und wo er sagte Wir wissen, dass du ein Lehrer bist Der von Gott herkommt Denn niemand kann die Wunder tun So wie du sie tust Oder ihre Aufmerksamkeit war erregt Und dann gab Jesus ihm die Botschaft der neuen Geburt Und das ist es, was wir beten Halleluja Lass uns zusammen, Gemeinde, ein wenig im Heiligen Geist beten Halleluja Markus, komm doch mal her Und ich möchte, dass du uns in ein Gebet reinleitest Für deine Organisation Denn ihr seid dort draußen Um die schweren Typen zu kriegen Wir beten mit dir mit Wir beten mit dir mit Im Heiligen Geist Korom je Stelajas Du bist nicht begrenzt oder angewiesen Auf irgendwelche Verhaltenskodex Verhaltensregeln im Leben von Leuten Denn in deinen Augen sind Leute definiert Gemäß deiner Liebe Und deine Liebe, die du für jeden Einzelnen von uns hast Du wolltest, dass wir ein Gefäß sind Das sich ausgießt in andere Leute hinein Gott, du sagst nicht, dass jemand keine Chance mehr hat Wenn er sein Leben ruiniert hat Gott, du sagst auch nicht, dass diese Sünde zu groß sei Herr, du hast für jeden eine zweite Chance Ganz egal, was gewesen ist Weil wegen dem, was ich getan habe Musstest du ans Kreuz gehen, Herr Jesus Du als Gott musstest am Kreuz für mich sterben Wie kann ich dann sagen, dass das, was du getan hast, nicht ausreicht für jemand anderen Herr, ich danke dir dafür, dass du mir Hoffnung in dir gegeben hast Und dass du uns gebrauchst Und dass du uns gebrauchst Dass wir diese Liebe und diese Hoffnung verbreiten Mit deiner Vergebung Mit dieser absolut totalen Vergebung Hinein in eine Welt Die dich nicht kennt Sie haben Religion vielleicht gesehen Und sie sind verletzt worden von Religion Und Herr, so bitten wir, dass du die Herzen derer heilst Indem du sie erreichst Und dass du diese Bruchstöcke zusammenfügst Und dass du diese Bruchstöcke zusammenfügst Sondern dass du deine Arme nach ihnen ausstreckst Wo das Blut Jesu hervorgeströmt ist Und dass du sie umarmst Dass du sie zurückbringst in das hinein, wofür sie auch bereitet sind Dass sie es schmecken Dass Hoffnung für sie ist Für die ganze Ewigkeit Dass sie erkennen Sie können Hoffnung haben Sie können ein neues Leben haben Dass sie nicht in die Hölle wandern müssen Nicht mal hier auf Erden Sondern dass sie ewiges Leben mit dir haben können Und dass sie ihre Motorräder auf goldenen Straßen fahren können Und wenn sie fallen Dann werden sie das nicht büßen müssen oder leiden müssen Weil sie im Paradies bei dir sind Da gibt es keine Schmerzen und Leiden Sondern da ist Herrlichkeit in Christus Jesus Herr, das ist es, was mein Herz drängt Dass diese Leute umdrehen und wir das miterleben Und ein herrliches Leben haben in dir, Herr Jesus Amen Amen